. . . . . . . Komm, ich bin hoch. Wenn ich die Stacks hinschmeiße, die kannst du glaub ich auch so aufnehmen, ne? Was? Die Stacks. Wie ich es vorhin auch gemacht hab. Wo bist du denn? Gegenüber auf der Insel. Gegenüber? Ja. So. Wenn du über den Stall drüber weg guckst, da oben. Ach, da oben. Hast du Erde noch, oder wie? Ich hab hier ne Menge Erde. Okay, sehr gut. Weil ich könnte nämlich echt noch ein bisschen gebrauchen, weil ich möchte das so weit wie möglich vorbauen schonmal. Ähm. Ein kompletter Stack. Okay, auch nicht schlecht. Ich seh mal. Ich seh mal. Ich seh mal. Ja, ja. Na, du auch. Na. Hast du noch ne zweite Karotte? Ja. Dann nehm ich noch ne anderes. Ja, hier. So, kommt. Wenn nicht dann mit du eins und ich eins. Ja, oder so. Wo sind das andere jetzt? Das ist da oben. Da. Ah, gut. Okay, dann nehm ich das. Komm, 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 komm. Sei doch nicht so stur, komm mit. Komm. Fein. Fein. Oh, shit. Äh, wir laufen in die falsche Richtung. Wo müssen wir denn hin? Ja, wir müssen, glaub ich, hier lang. Ja, hier lang müssen wir. Ah, fuck. Das ist ärgerlich, wenn man sich verbaut. Äh, Dreck. Ja, komm. Ich lache, wer wird die Schlucht finden, ey. Ja, da würde ich auch lachen. Nicht abwegig. Ah, komm. Hallo. Schweini. Komm. Möhrchen. Aha, geht doch. Wart mal hier auf dich. Wo bist du denn? Ich seh euch. Du bist nach links. Was? Hä? Ach, da. Ja, perfekt. Komm. 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 Komm, komm, komm. Können die schwimmen? Ja, die schwimmen. Okay. Es sei denn, die Schweine, die so dumm sind wie die Kühe von gestern. Ne, die sind nicht so dumm. Tatsächlich nicht. Komm. Komm. So, komm. Komm. Du sollst dich nicht so komisch wie so ein klopptes Schwein drehen. Ne, jetzt fängt es an zu regnen. Das macht dem Schwein ja nix. Wird wenigstens noch mal ein bisschen mehr sauber. Wird wenigstens noch mal ein bisschen mehr sauber. Wird wenigstens noch mal ein bisschen sauber. Gott sei Dank. Das Schweine wird höchstens sauber. Komm. Ne, jetzt gewittert. Gewittert. In noise. Du musst da auch grad anlegen. Komm. Ja, äh, geil. Bau den Zaun mal hier ab. Komm, stell dich nicht so an. Komm. So. Aua. Muss nur ein Schwein gehen noch. Komm rein hier. Haben wir schon wieder Nacht oder was? Nein. Ne, es regnet nicht. Wie komme ich mit dem Schwein jetzt am besten hier rein? Äh, warte. Übers Wasser. Äh, wo ist überhaupt da jetzt? Hier hinter mir. Ach da. Kannst du aber auch. Ich baue hier ab. Ich baue hier ab. Ja. Genau. Komm, Schweinchen, komm. Du musst dann nur schnell wieder hinbauen, weil sonst hauen sie ab. Ne, komm, warte mal. Geh mal ein bisschen rein mit denen. So, das passt prinzipiell schon mal. Mann, ich sehe so wenig. Das nervt voll. Da. Hast du keine fucken dabei? Ja doch, aber das ist halt mit Shader, äh, ja. So, probier nochmal. Ich schieb's an. Ja, mach mal. Komm, geh doch mal da rein. So, ähm. Ja. Nein, ich glaube. Jetzt. Ne, ich kann, nein, ich kann doch nicht zumachen. Ich muss noch ein Stückchen weiter. Das war jetzt Quatsch, was ich da gemacht habe. Also, sie haben schon mal ein kleines, sie haben schon mal ein kleines Schweinchen gemacht. Ja, beweg doch meinen fetten Arsch, du scheiß Schwein. Du gehst weg. Weg. Aus. Nein. Das hört bestimmt auf dich. Ja, jetzt. Ja, aber die anderen beiden sind hier draußen. Ah. Warte mal, gib mal eine Karotte. Krieg die Beine auf der anderen Seite rein. Ja, ein Schwein ist jetzt auf jeden Fall drin. Leute, wir haben Schweine. Nein. Sehr gut. Wie fütter ich die eigentlich? Mit Karotten. Werfe ich die denen einfach hin, oder was? Ne, ne, äh, naja, füttern musst du die gar nicht. Ach so. Ach ne, nur Liebe machen, ne? Ja, das ist nicht wie im LS17. Gut. So, kommt mit. Ne, du fütterst die, also du machst halt mit Karotten, ne? Kommt. Du fütterst die ja quasi, damit die Kinder machen. Kommt. Ja, also wir haben auf jeden Fall jetzt zwei Schweine und ein Ferkel. Naja, ob es wirklich zwei Schweine und ein Ferkel sind, ist es die andere Frage. Ich versuche gerade die anderen beiden irgendwie gleich hier rein zu kriegen. Wo habe ich jetzt hier den Fehler gemacht, dass da immer offen ist? Ja, kommt. Kommt. Dann passt das. Warte mal, wir könnten eigentlich auch anders gehen. Kommt, komm. So. Ähmmm, ne, das muss weg. Das heißt, es muss, es kann. Komm. ich stehe da wie do ich glaube den ist der eingang nicht groß genug so wir haben jetzt drei schweinschen mann ich leg die karotten mal in die nahrung weitermachen und die rote beete auch rote beete samen haben wir auch wunderbar so erstmal wieder fleisch brötchen hier ja das ist tatsächlich relativ gefährlich was hier gerade baue ich könnte ja mal die die schafe und die kühe füttern ja nein fehler zucker habe ich auch ist da hinten noch offen oder was noch ein spinnen auge lecker spinnen auge total schmeckt bestimmt ja könnte brote machen auch nicht ernsthaft jetzt habe ich hier bin ich auf eine höhle gestoßen mein gott war das eine drecks arbeit so feile haben wir jetzt auch wieder genug 13 stück erstmal wie kohle wir haben ja ja ist auch gut so brauchen wir immer wir haben 16 kohle so jetzt dürfte man noch theoretisch beiseite geschoben klar aua so ich packe die bücherregale mal bei sonstiges rein gut ein nachteil hat das ganze ist tropft durch wobei wenn ich das jetzt einfach ein niedriger baue warte mal dann doch jetzt ja genau hier würde ich zu viel feiern warum bei mir ist der glas wo packen wir eigentlich wo packen wir eigentlich die kohle rein ach rohstoffe frage beantwortet alter 1 2 3 4 5 6 6 allein an kohle ja ist auch gut so kohle brauchst du immer die glas in die grasblog ist bei mir auch so riesig ok warum auch immer bei der tür ist auch geil die kommt bei mir nicht aus der hand sondern ein bisschen das passt so nicht wie ich mir das vorgestellt habe nick darf ich die kohle ja abbauen ja kannst du machen okay ist es doch nicht so leicht wie es mir vorgestellt habe ich heiße naja zumindest um die deck kann ich noch mal der nick hat glaube ich nicht hast der nick hat nicht gemerkt dass er hier eine kohle aber entdeckt hat doch habe ich schon gemerkt aber ich nicht hier unten ist wasser ja ich weiß dass wir unten aber hier soll ja später der gang durch zum netter portal ja dementsprechend werde ich jetzt auch noch mal eine schaufel bauen macht da unten wieder zu gett hat übrigens ein creeper gefunden echt ein wunder ich habe noch einen creeper gefunden ach menno ich höre das ist es irgendwo hoch gegangen wo es relevant ist